Hi, in diesem Video soll es nun darum gehen, wie du den AZ-Envy mit der Arduino Cloud verbindest und die Sensordaten auf einem Dashboard visualisierst. Den AZ-Envy habe ich dir ja bereits in einigen Beiträgen auf meinem Blog und auch in Videos auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Hier soll es nun speziell in die Verbindung mit der Arduino Cloud eingehen. Bauen wir zunächst einmal die Schaltung auf und schließen an den AZ-Envy einen FTDI-Adapter an, um das spätere Arduino-Programm auf diesen hochzuladen. Dazu benötigen wir drei Breadboard-Kabel, einmal ein schwarzes für Ground, ein gelbes für RX und das liane für TX. Wir schließen auch an den AZ-Envy direkt RX an RX und TX an TX an. Also hier muss nichts wie sonst immer gekreuzt werden. Wenn wir den FTDI-Adapter mit dem Board verbunden haben, dann schließen wir an dieses Modul ein Mini-USB-Kabel an und verbinden dieses auch mit dem Computer. Und unser Board, also das AZ-Envy, benötigt auch noch einmal Strom und hier stecken wir ein Micro-USB-Kabel ein. Nun haben wir die Verbindung aufgebaut und können zunächst einmal in die Arduino Cloud wechseln, um dort den AZ-Envy einzurichten. Da unser ESP8266 kein Original-Arduino ist, müssen wir hier auswählen, dass wir ein anderes Gerät einrichten möchten und unser ESP8266 ist bereits vorselektiert und wir müssen nur noch aus der Auswahlliste den Eintrag Generic ESP8266-Modul auswählen. Wenn wir diesen gefunden haben, dann bestätigen wir dieses und wählen die Schaltfläche Continue. Nun können wir unserem Gerät noch einen Namen vergeben. In meinem Fall wähle ich hier einen sprechenden Namen AZ-Envy und bestätige dieses mit der Schaltfläche Next. Im nächsten Dialog wird nun die Device-ID sowie der Secret-Key angezeigt. Diese Daten kopiere ich mir einmal in einen Editor, weil die benötigen wir später für das Programm. Und dann können wir auch schon den Wizard abschließen. Wir sehen hier noch, dass unser Mikro-Controller offline ist, weil wir müssen ja nun erstmal ein spezielles Programm auf diesen hochladen. Ein Dashboard können wir noch nicht erstellen, weil uns fehlt ja noch das Programm. Zunächst erzeugen wir uns aber erstmal unsere Variablen. Diese legen wir unter Sinks an und geben auch diesem einen sprechenden Namen. Mit Add Variable können wir nun unsere Variablen für die Temperatur, für die relative Luftfeuchtigkeit und für die Luftqualität hinzufügen. Die Temperatur wird als Gleitkommazahl eingerichtet und soll jede Sekunde aktualisiert werden. Genau das gleiche machen wir auch einmal für die relative Luftfeuchtigkeit. Diese soll auch als Gleitkommazahl und auch jede Sekunde soll diese aktualisiert werden. Zum Schluss noch die Luftqualität. Diese ist ein analoger Wert zwischen 0 und 1023 und hier können wir einfach einen Integer wählen, weil eine ganze Zahl reicht hier aus. Im nächsten Schritt können wir nun an dieses Thing unseren bereits konfigurierten Mikro-Controller verbinden und können ebenso unsere Netzwerkverbindungsdaten eingeben. In diesem Fall habe ich ein Hotspot über mein Handy aufgebaut und gebe hier nun die Daten ein. Unten tragen wir nun den Secret Key ein. Diesen habe ich ja wie bereits erwähnt in einem Editor abgelegt. Dieses brauchen wir später noch einmal. Nun haben wir diese Daten hinzugefügt und alles konfiguriert und wir können den Reiter Sketch wechseln, um dort uns das Arduino Programm anzusehen. Ich empfehle dir aber noch zusätzlich über diese Schaltfläche zu gehen und es öffnet sich ein neues Fenster, wo du das komplette Programm siehst. Denn zu diesem Arduino Programm gehören noch ein paar Konfigurationsdateien, die du sonst nicht so einfach gesehen hättest. Hier haben wir zum Beispiel die Konfiguration für unser Gerät. Das ist unser Device-ID. Die haben wir auch bereits kopiert. Und unsere Daten für unseren Hotspot sowie für unseren Secret Key. Wir haben auch in dem Programm bereits unsere Felder angelegt für die Messwerte und es wurde konfiguriert, dass die Messwerte alle eine Sekunde geladen werden. Für diese Messwerte gibt es noch spezielle Funktionen, die sich in der INO-Datei verstecken. Diese Datei bzw. das gesamte Programm laden wir nun einmal herunter, um es in der Arduino-IDI auf dem Computer zu bearbeiten. Denn unser AZN-Wi hat ja den SHT30-Sensor verbaut, für welchen wir eine spezielle Arduino-Bibliothek einsetzen müssen. Und dieses ist am einfachsten, wenn wir das Offline mit der Arduino-IDI auf dem Computer machen. Wenn die ZIP-Datei heruntergeladen und entpackt wurde, können wir diese öffnen und dann die INO-Datei mit einem Doppelklick starten. Es sollte sich dann die bereits installierte Arduino-IDI öffnen. Und in meinem Fall habe ich auch bereits die SHT30-Bibliothek hinzugefügt. Diesen Schritt überspringe ich hier im Beitrag einmal. Ich hatte dir bereits gezeigt, wie der AZN-Wi programmiert wird. Aus diesen Beispielen kopiere ich mir nun die passenden Bausteine heraus und befülle damit dieses kleine Arduino-Programm. In der Beschreibung zu dem Video findest du auch wieder einen Link zu meinem Blogartikel und dort findest du ebenso eine ZIP-Datei mit dem fertigen Programm. Hier musst du dann lediglich deinen Device-Key, Secret-Key und deine Verbindungsdaten zum lokalen Wi-Fi-Netzwerk eintragen. Aber fangen wir einmal an mit dem Code. Zunächst einmal müssen wir hier die Bibliothek hinzufügen für unseren SHT30-Sensor sowie für unseren Luftqualitätssensor, unseren analogen Pin A0. In der Setup-Funktion müssen wir dann noch definieren, dass der analoge Pin A0, an welchem unser Luftqualitätssensor angeschlossen ist, als Eingang dient. Und in der Loop können wir dann, wie gehabt, unseren SHT30-Sensor auswerten und die Sensordaten auslesen. Die Funktion SHT30.get liefert 0, wenn alles funktioniert hat und 1, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Somit erhalten wir dann unsere Temperatur und unsere relative Luftfichtigkeit. Außerhalb der IF-Bedingungen lesen wir den analogen Pin A0 von unserem Luftqualitätssensor aus und weisen den Wert der variable R-Quality zu. Danach müssen wir jetzt im letzten Schritt nochmal unseren Hotspot eintragen bzw. die Daten zu unserem lokalen Wi-Fi-Netzwerk und den Secret-Key, welchen wir uns gesichert haben, auch nochmal eintragen. Wenn das alles geschehen ist, können wir das Programm auf den AZ-Envy übertragen. Im Grunde eines Programmes auf den AZ-Envy musst du etwas beachten. Und zwar muss, sobald das Connecting im Serial-Output erscheint, die Taste Reset betätigen und gedrückt halten, die Flash-Taste drücken, Reset wieder loslassen und dann die Flash-Taste loslassen. Und dann wird auch das Programm erfolgreich hochgeladen. Wenn der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, dann müssen wir das Board noch einmal manuell durch den Reset-Taster neu starten und unser Mikrocontroller sollte sich nun mit dem Netzwerk verbinden. In meinem Fall hatte ich ja ein Hotspot aufgebaut und ich sehe auf meinem Handy nun ein verbundenes Gerät. Wechseln wir also jetzt zurück zur Arduino Cloud und richten unser Dashboard ein. Im Reiter Devices sehen wir, dass unser Mikrocontroller noch offline ist, aber wenn wir die Seite aktualisieren, dann sehen wir, dass dieser online ist und wir haben somit unseren Mikrocontroller mit der Arduino Cloud verbunden. Erzeugen wir nun ein neues Dashboard. Diesem geben wir zunächst einen Namen. In meinem Fall nutze ich einfach mal AZ-Envy. Auf dieses Dashboard ziehen wir jetzt nun für jedes unserer Variablen ein Wii-Element. In dem Fall ist es vom Typ Value, weil wir wollen zunächst einmal lediglich nur die Werte anzeigen. Der Titel wird vergeben und wir verknüpfen dieses GUI-Element mit einer Variable. Und wenn das erledigt ist, dann sehen wir auch bereits unseren Sensorwert. Das wiederholen wir jetzt nun für unseren Messwert. Nun für den relativen Luftfeuchtigkeitwert ein Prozent. Und danach für unseren Luftqualitätssensor. Zum Abschluss können wir diese Elemente noch etwas ausrichten und größer ziehen oder kleiner ziehen. Und natürlich können wir nicht nur die Werte anzeigen, sondern wir können auch ein Liniendiagramm einfügen. Dieses ist genauso einfach. Wir geben diesem einen Titel. Hier möchte ich einfach mal den Temperaturverlauf anzeigen. Verlinke diesen mit der Variable temp. Und den Rest macht unsere Arduino Cloud für uns. Und wir haben hier bereits die Aufzeichnung der Live-Temperatur am Laufen, wie du sehen kannst. Und damit haben wir nun unsere drei Sensorwerte des AZNV auf einem Dashboard in der Arduino Cloud visualisiert. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Schatz! Untertitelung des ZDF, 2020